Wir denken, dass die Pflanze und die Blume sich sehr gut dazu eignet, mehr Leben in die Läden zu bekommen. Und Blumen bringen Farbe, bringen gute Laune. Ich liebe Blumen. Der Blaue Wasser ist eine ganz tolle neue Art und Weise, unseren Showroom mit großen Attraktionen zu verbinden. Das haben wir zusammen mit der Firma 2Design auf die Beine gestellt und wir sind sehr, sehr glücklich, was tatsächlich dabei rausgekommen ist. Blumen von mir ist natürlich ganz natürlich. Das Urban Living ist natürlich und ist auch im Moment natürlich ein ganz großes Hit. Mir gefällt an dem Konzept, dass ich viel mit Kunden zu tun habe, die ich noch nicht kenne. Es ist gigantisch. Ich glaube, mehr kann diese Welt gar nicht anbieten. Also die Kunden geben mir die Rückmeldung, dass sie gerade die Kombination zwischen den Dekorationen, wie das hier dargestellt wird, nehmen sie toll an und finden sie toll. Also ich finde das wirklich wunderschön. Das ist das erste Mal, dass wir nach Deutschland fahren. Es ist wirklich gut für die Ideen. Es ist wirklich gut für die Ideen. Es ist wirklich gut für die Ideen. Es ist 저 auch wirklich gut für die Ideen. Vielen Dank.